Jetzt sind die Äpfel reif. Jetzt sind die Äpfel reif. Jetzt bin ich am Herbst. Jetzt habe ich den Beinblick. Jetzt habe ich keine Probleme mehr. Jetzt weiß ich, wo Lösungen liegen und wie ich das Leben anpacken kann. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Tragik des Menschen ist ja, dass wenn er perfekt ist, er sterben ist. Und an der Stelle bin ich jetzt. Vielleicht habe ich noch 5 Jahre, vielleicht noch 2, vielleicht aber noch 10 Jahre. Aber ich freue mich auf die Zeit jetzt. Die Tragik des ZDF, 2020